Ja hallo, Christian, mein Partner, Beziehungscoach und Psychologe, genau diesmal ein Videoblog, wir reden heute mal wieder über so eine Dating-Mails, es geht so ein bisschen darum, was ja heutzutage immer so ein Problem ist, was wenn Leute nicht antworten, also nicht sofort antworten oder nach einem Tag oder nach zwei Tagen oder nach drei Tagen antworten, also am Anfang von einem Dating-Prozess, ansonsten noch ein kurzer Hinweis jetzt, dass dieses Wochenende letzte Chance ist, wenn ihr noch zum Frühbucherpreis in meine Ausbildung einsteigen wollt, Einzelpaar und Dating-Coach und ja, findet ihr alles auf libysche.de und wir gehen mal rein von der lieben Anna Stepschkula, Hallo Christian, zuerst einmal möchte ich mich für die Kurse und Videos bedanken, beides nutze ich fleißig, um an mir zu arbeiten, um bestimmte Situationen besser zu verstehen. Also ich sage ja immer so, die Kurse sind eigentlich mein Basis-Teaching, ich meine klar, die meisten gucken nur die Videos, aber die Videos sind eigentlich nur Anwendungsbeispiele hier. Deswegen guckt da gerne mal rein. Ich würde gerne wissen, wie und ob man Bedürfnis in der Dating-Phase oder bei einer beginnenden Beziehung am besten kommuniziert. Ich würde mich als eigenständige Frau bezeichnen, trotzdem wünsche ich mir gewisse Dinge. Wenn ich eine Nachricht schreibe, vor allen Dingen noch mit einem Terminvorschlag, erwarte ich eine zügige Antwort. Was? Was du erwartest? Eine Antwort auf eine Nachricht? Also das ist ja unfassbar. Heutzutage eine Antwort auf eine Nachricht, eine Verbindlichkeit. Bist du wahnsinnig? Was hast du für Übereinsprüche? Ich fühle das sofort hier. Ich lese mal ein bisschen weiter. Ich möchte kein Hin- und Hergeschreiber, aber eine verlässliche Kommunikation. Wenn etwas für den anderen nicht passt, wünsche ich mir Ehrlichkeit und vom Gegenüber. Ich wünsche mir einen gewissen Einsatz, also dass der andere mal einen Vorschlag für ein schönes Date macht oder mich in anderer Weise positiv überrascht und zwar nicht nur bei den ersten Dates, denen ich gebe auch viel für eine Person, die mir wichtig ist. Also, ich sage mal so, ich glaube, ich lese es mal zu Ende. Ich glaube, dann kann ich es leichter, aber es ist auch gar nicht mehr viel. Die ganzen Punkte lassen sich sicherlich als meine Standards und zum Teil auch D-Ray gerade zusammenfassen. Ja, trotzdem bin ich mir unsicher, wie ich es etwas kommunizieren soll. Kann ich nach so etwas überhaupt fragen oder soll ich eher davon ausgehen, dass wenn jemand diese Punkte so anders einschätzt, wie ich es einfach lassen soll beim Gegenüber? Also meine Regel ist, das muss es natürlich letztlich für sich selber wissen, je länger du jemanden kennst und mit lang meine ich jetzt so über ein Jahr so, also auch wirklich gut kennst, sollte man natürlich Sachen ansprechen und versuchen, das erstmal zu klären. Alles, was da drunter ist, also alles Anbahnung von Beziehungen, Freundschaften, Bekanntschaften. Muss ich jetzt leider sagen, echt auch als Psychologe, wo man immer meint, Psychologen sind immer so, man muss immer alles ansprechen. Also ich würde das nicht, ich mache das nicht, ich habe keinen Bock, das sind völlige Irrsinnsgespräche. Also wir haben das auch ab und zu meinem Support, das ist ja selten, aber manchmal, wenn jemand so völlig aus dem Leim geht, da irgendwas völlig, wo man denkt, ey, wir machen hier 24 Stunden Support mehr oder weniger und da kommt wieder so eine gruselige Nachricht, soll man den mir jetzt schreiben? Sorry, das ist echt total daneben, was du schreibst. Ich habe gesagt, nee, wozu, das kommt sowieso nicht an und es schafft nur wieder neuen Ärger. Und bei Dates ist es eigentlich genau das Gleiche. Was willst du denn mit jemandem, der so einen Basic-Anstand nicht hat? Willst du dem den beibringen, willst du das mit dem diskutieren, ernsthaft? Gilt aber auch meiner Ansicht nach auch, wie gesagt, für beginnende Freundschaften, was weiß ich. Das bringt alles nichts. Heute, es ist ja auch, jeder hat eine Meinung, das sieht man ja auch auf Social Media, jeder hat eine Meinung zu allem, von Raketentechnologie über Virologie, über Wetter und Survival. Also jeder hat eine Meinung von irgendwas. Aber keiner ist bereit, auf die Argumente von jemand anders zu hören. Also von daher, da kriegst du nur blöde Antworten. Aber wir gucken, vielleicht kommt ja noch die blöde Antwort, mal gucken. Einmal habe ich mich getraut, das mit dem langen Warten, mehr als drei Tage auf eine Antwort wegen eines Treffens anzusprechen. Zum Glück kam eine Entschuldigung in Anführungsstrichen, in der aber direkt klargestellt wurde, dass frühere Antworten nichts gebracht hätten, weil er sowieso beschäftigt gewesen sei und hätte absagen müssen. Ja, das ist genau, was ich meine, eine blöde Antwort. Und dann kriegst du dann sowas wie, ja, ich muss die Welt retten, hatte keine Zeit, mein Kanarienvogel war krank, mein Fisch hatte Blähungen und wie soll ich dir eine Zwei-Sekunden-Nachricht, wie soll ich die zwei Sekunden nehmen, die mal eben zurückzuschreiben. Also das ist einfach mangelndes Interesse. Und oder, also wir können die Sachen ja mal durchgehen. Also ich finde, es macht auch einen Unterschied, könnte ja jetzt wieder anderer Meinung sein, es macht einen Unterschied, ob das von einem Mann oder von einer Frau kommt. Und so, wenn ich jetzt, ich habe mich aber versucht, da mal reinzuversetzen in die Zeit, wo ich, als ich auch noch einiges an Dates hatte, also wenn ich jetzt in so einem lockeren Prozess bin mit einer Frau und ich weiß, wenn man vielleicht auch attraktivere Frauen anschreibt und man weiß, auf Dating-Apps, man weiß, die werden überschüttet mit Nachrichten. Wenn ich da jetzt nicht gleich eine Antwort kriege und man hat sich vielleicht erst einmal gesehen oder noch gar nicht oder ich weiß nicht was. Und es ist Online-Dating und es dauert mal zwei, drei Tage, bis man eine Nachricht kriegt. Ich würde jetzt denken, ja, es, was soll's, hat mir keine Lebenszeit genommen, habe ich nicht darüber nachgedacht, wenn sie dann nach drei Tagen sagt, ja, lass uns dann und dann treffen, meinetwegen. Nicht schön, hat man schon mal so einen Minuspunkt, aber kann man sich ja mal angucken. Aber ich finde, da ich ja aus meiner Sicht von der Polarität her, der Mann für die Dates zuständig ist, allein schon, dass du ihn, das würde ich auch nicht machen, dass du ihn schon anschreiben musst auf ein Treffen, das ist schon gegen die Polarität, das ist der Job des Mannes so. Und das passiert nämlich genau das, was hier passiert, dass du entweder Männer anziehst, die kein Interesse haben oder die bindungsängstlich sind oder die womöglich gar nicht Single sind. Das kann ja auch sein. Also vielleicht schreibt er nicht zurück, weil er eh nicht Single ist und hat keine Zeit für ein Geheimtreffen. Oder du schreibst jemanden an hier, der auch ganz viele Optionen hat und der deswegen letzten Endes, ist dann auch wieder so eine Variation von mangelndem Interesse. Also, oder ist es jemand, der, weiß ich nicht, einfach keinen Anstand hat. Oder ist es jemand, der wirklich so wenig Zeit hat, dass er keine zwei Sekunden hat für eine Nachricht, aber den willst du auch nicht daten. Also, das ist ja das Schöne, bei Standards und Dealbreaker spielt keine Rolle, warum jemand die nicht erfüllt, sondern du nimmst es einfach zur Kenntnis. Und das ist genau, was ich eben meinte, das ist ein super Beispiel, warum ich das nicht mehr ansprechen würde. Also, wenn, jetzt aus deiner Sicht als Frau, wenn ein Mann sowas macht, ich kann nicht mehr antworten. Also, würde ich nicht mal die Mühe machen, den zu blocken oder ich würde einfach gar nicht mehr antworten. Aber ich würde, also, meiner Ansicht nach liegt, ich will es nicht sagen, der Fehler, aber, sonst gucke auch nochmal, falls du es noch nicht hast, in den Datingkurs rein. Ich würde, ich würde als Frau, würde ich keinen, also, keinen Mann anschreiben. Also, klar, wenn ihr euch meint, ich müsste jemanden auf Instagram anschreiben oder so, das ist ja, und der andere kennt einen gar nicht und man muss ja irgendwie auf sich aufmerksam machen. Aber ein Mann, wo es schon, wo es, ich habe das Gefühl, das ist ja so eine Startsituation, ihr kennt euch schon, es steht schon im Raum, dass man sich trifft. Es ist nicht deine Aufgabe, für ein Date zu sorgen. Also, grundsätzlich kann ich euch auch nur raten, auch wenn das vielleicht ein bisschen Zeit braucht, datet Leute, die richtig Bock auf euch haben. Also, ich hatte auch eine zweite E-Mail noch, vielleicht esse ich die morgen mal vor, wo jemand dann nicht mal eine Stunde fahren wollte, obwohl das die ganze Zeit im Gespräch war, dass man sich toll findet und sich trifft. Also, ihr wollt wirklich Leute daten, die richtig Bock auf euch haben und da muss man auch nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, ob man jetzt irgendeinen Fehler gemacht hat oder weil es irgendwie so schleppend vorangeht oder was weiß ich, sondern, ja, ihr wollt Leute daten, die Single sind, die Bock auf euch haben, die Zeit haben für Dating und Beziehungen, die nicht überlegen müssen, ob sie Bindungsangst haben, die nicht überlegen müssen, ob, ach nee, einer wohnt am Südpol, einer wohnt am Nordpol, das wollt ihr alles nicht, ne? Macht's euch einfach und wenn man es sich nicht einfach macht, liegt's häufig daran, dass man nicht loslassen mag, weil man vielleicht jemanden total attraktiv findet oder so, aber das ist not the way to go, ne? Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wir sind weiter auf der Mission Abos, Abos, Abos. Das ist ja schon hervorragend, also die Steigerung hier gerade auf meinem Kanal ist ja bombastisch. Vielen Dank schon mal und einen Gruß an die Neuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt's gerne unten drunter oder wie gesagt, wenn ihr auch mal Fragen für ein Video stellen wollt, könnt ihr über ein Formular auf liebeschip.de machen, da findet ihr auch meine Kurse. Wenn ihr viel auf dem Handy seid, gibt's für Android und Liebeschip auch noch umsonst, Android und Apple auch noch umsonst, Liebeschip-App in den jeweiligen Stores. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.